ja sind ja beim letzten mal beziehungsweise gestern wie er erneut da müssen so schön ja hier unten und haben ein paar ekelhaftig das Leben mussten hier hatten wir das hier unten gefunden auch ein geiles Gimmick wo man dann halt mehr sieht also die wo ich mal der auf uns war wird ich stebe auf ein paar krasse schwarze kreaturen hier waren wir auch schon gewesen ich hoffe die sind alle noch weg hier kurz seite flitten die hätte ich eher gebrauchen können ruhig mal noch alles absuchen nichts mal und wenn man die Blüten und mit einem weil es wird und ich so auch was man hier nicht bis das es gibt überhaupt es kommt hier und ich habe hier auch nein doch Prozent die Potsdam ein bisschen dies gemacht hier Scheiße! Scheiße! Der hat den Hundekopf mitgenommen! Okay, daddy! Der Hund! Der Hund! Was ist mit den Kisten? Was ist mit den Kisten? Die sind kaputt! Alter Schwede! Oh Mann! Das ist der Deputy! Das ist der Polizist aus der Garage! Was ist der? Okay! Oh! Kein Schlüssel vorhanden! Schießpulver! Oh, hier habe ich es! Oh nein! Mit dem Schießpulver hätte ich mir noch ein bisschen mehr Munition machen können! Verbrecherte Pistolen Munition! Jawoll! Okay! Ein bisschen mehr Pistolen! Klinde eben noch nichts! Wo geht es denn jetzt hier weiter? Hier! Einser! Du kommst hier nicht raus! Seht doch noch! Ah, er hat mich voller Wisch! Höh! ich habe keine ahnung was ich machen soll alles klar nicht mehr nie mehr okay was macht er da ja 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 wir haben ihn blotten da können Ja Ja Probier's doch Oh fuck Oh fuck Huh Oh shit ja 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 F**k 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 będą ch Bean Nein, das ist mir doch nicht Ah, das ist mir doch nicht Mist Acht Boah, ey Boah! Kleine Schmuck! ok alter und bleib tot ab alter schwede wie krank war das denn ich spreche zusammen wir haben jetzt den roten hundeköpf um die tür zu öffnen das buch kopf im wohnzimmer ok was zur hölle ist diese freizeitraum der muss aber dann oben sein das ist ja zimmer gewesen ach so ich komme ja gar nicht durch hier hing ja nur der deputy gekommen von hier genau so ich würde gerne speichern aber was für eine action war das spiel ist ja ein harter boss die frage ist jack jetzt wirklich weil ihr habt das ding gehabt kann immer aber diesmal wurde an zwei hälften geteilt die untere hälfte ist noch ein bisschen gelaufen war ganz cool mir ist das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017